Montag ist zwar eigentlich nicht so mein Lieblingstag, aber der heutige ist gar nicht so schlecht. Denn auch heute gibt es wieder richtig gute Technik-Deals zum Green Weekend. Zum Beispiel haben wir dieses schicke Notebook für 349 Euro im Angebot. Das Lenovo IdeaPad 330 S ist perfekt für Multimedia-Anwendungen, für Office-Aufgaben und auch für schnelles Surfen im Web. Außerdem haben wir noch einen Deal für alle, die eine passende, schicke Soundbar zu ihrem Fernseher suchen. Und zwar gibt es die Sonos Beam zum Green Weekend für nur 379 Euro. Ihr sucht ein preiswertes, solides Smartphone, dann seid ihr mit dem Samsung Galaxy A5 bestens beraten. Im Angebot gibt es das Phone in schwarz für knapp 250 Euro. Alle Angebote sind online nur noch heute gültig. In unseren Stores verlängern wir das Green Weekend aber bis kommenden Samstag. Nichtsdestotrotz gelten die Angebote nur, solange der Vorrat reicht. Also schnell sein lohnt sich.